Das Spiel zwischen dem Fußball-Festmord und dem Spiel. Begant für den Gastgeboten. Läuft an. Tierab und Tor. 1 zu 0. Andreas Franz-Eiberstorfer. Die Zwangensymbole der Gäste. Malme Ramzi. Und mit singen. Doch die Gäste werden sehen. Ausgleich. Eckball. Pass zur Mitte. Und Tor. Florian Zirkova. Beslang. Andres Spielhammer. Derzeit ist im Fußball. Absolut. Somit war das Spiel. Und die Gäste. Ausgleich. Und die Gäste. Maximilian Wussbommer. Schaffte in der 38. Spielminute. Die Gäste. Ausgleich. 3 zu 0. Und die Gäste. Nach. Wiederum eine schöne Aktion. Schuss. Und Tor. wiederum. Max Klinow. Höchstformer. Nach der 40. Spielminute. Erneut der Torschutze. Mit. Bus. Und Tor. Aber dieses Mal kommt sie sich durch, einer in den Torfüchel zu sehen. Soviel. Die Sandi, zweite Halbzeit. Hier sieht man noch die Gollinger Ball. Schuss und Tor! Christian Vogelmeier sagt, das ist der Fall. Hier in den Torfüchel hat man als Gohle nicht. 56. Spielminute, neue Spielstadt, 1 zu 5, Tor schul. Und der Gollinger machte, das hat er trotzdem weg, kann sich erneut ersetzen. Und wieder ging der Fall über den Torfüchel. Florian Fischhofer war zum nächsten Mal der Rest. An diesen Ursprung haben wir gleich. Und die Landeskampfbegegnung in Schuss. Da ist es längst gesehen. Dieses Mal allerdings ein Torfüchel durch Akkus Bessel. Naja, sowas ist natürlich alles andere als angenehm. Der Endstamm dieser Begegnung lautet denn jedenfalls bis zu sieben.